im King of Wars, glaube ich, war das und ich hoffe es gefällt euch, wie ich es letztes Mal schon gesagt habe. Ich habe jetzt noch eine zweite Hilfe, ich habe gegen den Spinker vorgeschlagen. Ich mache da jetzt noch viele, viele mehr Folgen davon. Und ja, ich hoffe euch gefällt es auch. Ich lade einfach alle hoch. Fertig, Ende, aus. Ich habe da einfach Bock drauf und ja, dann beginnen wir mal richtig an zu spielen. Wir haben ja in der letzten Folge, ähm, das Kapitel 1 etwas angespielt und hier waren wir. Und ja, dann machen wir mal weiter. Eine Fütterungsvorrichtung sollte das Hund hier und vermutlich auch den Besitzer am Leben halten. Lass es dir schmecken. Und ja. Was ist das? Das war's für heute. So richtig wie es geht, weiß ich jetzt auch noch nicht. Er soll sich jetzt erstmal wieder schmecken lassen. Und ich hoffe, ich probiere es jetzt nochmal aufs Neue. Und ja. Er müsste gleich wieder eingeschlafen sein. Und wenn er dann wieder eingeschlafen ist, könnte ich mich runterfahren lassen. Ich probiere es einfach nochmal. Hier unten sind in dem Fall keine Skelette. Achtet drauf. Dann haben die vielleicht einen Spielfehler entdeckt. Und wenn ich die dann ist, kann ich jetzt auch noch nicht. Ich bin ja. Ist ja. Ich bin 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 ja. Vielleicht muss ich jetzt runter, obwohl, probieren wir es. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf, lauf. Lauf, 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 lauf. Lass mich raten, du kamst mit einer Fleischwunde davon? Jetzt geht die Action erst so richtig los. Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich das Seido schneiden, wenn ich die schlechte Brünne. Yes! Das war schon knapp, oder? Yes! Yes! So macht man das! Profi! Oh Mann! Hä? Hä? Ich drücke die! Okay! Okay! Oh Mann! 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 Ich weiß nicht, wie man das macht! Ich drücke die! Ich drücke die! Und passiert nichts! Ich hab' Ich habe viel gedrückt! Das könnt ihr mir nicht glauben! Mh. Ich bin da sperrig. Das kann doch nicht wahr sein. Ihr hört wahrscheinlich jetzt wie ich auf die Tasten kloppe hier. Hä? Immer wieder komme ich hier. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ihr müsst verstehen, die Strömung ist da. Und immer wenn die Strömung da ist, muss man beides gucken. Jetzt verstehe ich es gar nicht mehr. Ah. Ich bin schon wieder. Ja. Lass mich nochmal hin. Ich habe das Leben. Man könnte wohl sagen. Profi am Berg. Zack, zack. Ich kann jetzt einfach nicht Schluss machen. Also. Ich bin nicht in so einer Szene. Fuck. Ich habe es jetzt angemalt. Da kommt jetzt nicht allzu schweres noch. Na ja. Ich habe gerade noch den Hut aufgefangen. Lache. Lass mich raten. Du kamst mit einer Fleischwunde davon? Was hätte ich denn machen sollen? Ja. 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 Okay, Lass mich raten. Du kamst mit einer Fleischwunde. Ja. Ach. Na ja. Ja! Okay. Lass mich raten, du kannst... Okay, ich muss wegrennen. Jetzt sind wir das gleiche. Lass mich raten, du kamst mit einer Fleischwunde davon? Das kennen wir ja schon. Ich glaube, wir müssen den Stein ausweichen. Lass mich raten, du kamst mit einer Fleischwunde davon? Okay, vorwärts, dann... Okay. Ich glaube, ich muss ein bisschen Papier tragen. Ich krieg jetzt echt Lampen von den, das hier nur aufwärts. Jetzt sind wir weiter. Jetzt laufen. Du schaffst das. Du schaffst das. Ja, so will ich das sehen. So will ich das. Und dann machen wir auch schon mit dem zweiten Part heute Schluss. Es war, glaube ich, ein bisschen kürzer, aber ich muss jetzt Schluss machen. Und ja, ich hoffe, es ist toll für euch gewesen und tschüss. Wir sehen uns jetzt noch kurz, wie ich aus dem Hauptmenü rausgehe. Aber bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal.